Bei der WDF-IDF-Analyse geht es darum, Terme zu finden, die ein Produkt gut beschreiben bzw. die sehr relevant sind für ein Produkt. Das heißt, das sind letztendlich Terme, nach denen die Leute wahrscheinlich aussuchen. Ein Term ist also ein einzelner Begriff, nicht etwa ein Keyword wie beispielsweise Geldbeutel, Leder, Herren. Das wären drei Terme, also Geldbeutel, Leder und Herren. Und aus diesen Termen kann sich Keywords zusammensetzen bzw. Suchanfragen. Und diese Terme, die ein Produkt gut beschreiben oder die relevant sind für ein Produkt, bei Geldbeuteln beispielsweise könnten das Begriffe sein wie Scheine, Münzen, Geldnoten vielleicht noch oder auch das Material, also Leder. Und diese Terme können wir hier ermitteln. Das heißt, wir geben hier in die Suche das Top-Keyword ein oder ein sehr starkes Keyword, zu dem wir am liebsten gefunden werden mit unserem Produkt. Das wäre hier logischerweise Geldbeutel. Da würden wir sehr gerne auf Platz einstehen, wenn wir einen Geldbeutel anbieten würden und geben außerdem noch die Asen des Produktes an. Dann klicken wir auf Suchen. Und was dann passiert ist, das Tool schaut sich auf Amazon die zehn besten Produkte zu diesem Thema an, also zu Geldbeutel, also die zehn ersten Ergebnisse, also die, die am besten ranken und vergleicht das bzw. deren Listings mit dem Listing von unserem Produkt. Ja, verstanden? Die Inhalte der zehn besten Listings werden mit dem Inhalt unseres Listings verglichen. Dann sehen wir hier beispielsweise im Titel anhand dieser Grafik, Leder, wie ich prophezeite, ist ein sehr relevanter Term für das Thema Geldbeutel. Auch Herren, Geldbörse, Schutz, RFID oder Ledergeldbörse sind relevante Terme. Münzfach, Geldklammer, Wallet, Querformat, Schlanke ist auch relevant. Und das können wir jetzt hier abgleichen. Das heißt, die blauen Balken, euch muss jetzt die Bedeutung dieser Balken gar nicht so weiter stören. Das ist für SEO-Profis relevant. Da müsst ihr euch tiefer einlesen, das Thema WDF-IDF, das jetzt zu erklären, würde zu weit führen. Daher schaut einfach nach den Balken. Das heißt, die blauen Balken zeigen an, das ist die Konkurrenz, die benutzt diesen Term und das ist euer Listing, das graue. Das heißt, überall, wo kein grauer Balken dran ist, diesen Begriff benutzt ihr nicht. Ihr habt zum Beispiel Kartenetui, haben wir nicht in diesem Listing hier drin. Weitergehend relevant ist die Tabelle darunter. Die macht das Ganze noch ein bisschen einfacher. Da könnt ihr euch inspirieren lassen, auch wieder von der Konkurrenz. Da sortiert ihr am besten hier ganz rechts nach dieser Spalte, Enthalten in und erhaltet dann ganz oben die Terme, die in den meisten Listings enthalten sind. Das heißt, wenn man auf Amazon nach Geldbeutel sucht, findet man 10, also man findet mehr Ergebnisse, aber die besten 10, also die ersten 10 Ergebnisse. Davon enthalten 8 Stück das Keyword Geldbörse im Titel. 7 Stück enthalten Herren und 7 von 10 Top-Ergebnissen enthalten RFID. Das gleiche gilt auch noch für die Bullet-Points und für die Beschreibung. Ist ja logisch, ihr solltet nicht Sachen, die in den Bullet-Points sind, unbedingt in den Titel packen. Das ergibt nicht immer Sinn. Generell gilt es hier, mit ein bisschen so einem Menschverstand ranzugehen, wenn euer Geldbeutel kein Kartenetui beinhaltet, obwohl das hier ein relevanter Term ist, solltet ihr das natürlich nicht einfügen, weil letztendlich finden dann eventuell Leute euer Produkt und kaufen es nicht und das ist auch nicht sinnvoll, sind dann eher enttäuscht von meinem Produkt vielleicht sogar, weil es eben kein Kartenetui beinhaltet, obwohl es zu diesem Begriff gefunden wurde. Also, was ihr hier macht, starkes Keyword eingeben, eure Asen eingeben, schauen, welche Keywords von den relevanten ihr nicht habt, überlegen, sind die relevant, wenn ja, einbauen ins Listing, wenn nicht, ignorieren. Das gleiche dann auch noch mal mit der Liste, gucken, wie viele Konkurrenten enthalten welches Keyword und dann überlegen, ist das sinnvoll für mich oder eben nicht.